Die Footies-Zeit hat begonnen und damit auch die dicken, dicken Gamble-Packs. 10x84 ist gekommen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es übelst schade, dass keine 10x85 gekommen ist. Nichtsdestotrotz haben wir die ganze Sache natürlich angetestet. 70k kostet es insgesamt. Meine Meinung, am Ende ist relativ wichtig, vielleicht für diejenigen, die sagen, das lohnt sich vielleicht auch überhaupt nicht für das Ganze. Denn ich habe eine kleine Rechnung aufgestellt, die vielleicht euch zeigt, so schlecht sind die Packs vielleicht auch gar nicht vom preislichen her. Lasst auf jeden Fall sehr gerne einen Daumen nach oben da, sehr gerne auch ein kostenloses Abonnement. Und schreibt gerne in die Kommentare, Hashtag NoFIFAPoints, damit wir alle immer wissen, egal zu welchem Zeitpunkt, FIFA Points sind Quatsch. Liebe geht raus, ganz viel Spaß und schreibt mir gerne in die Kommentare auch, wen ihr es drinne hattet. Davor habe ich aber noch was Kleines für euch, denn gestern Abend um 18 Uhr ist die Aktion von meinem Partner Level abgestartet. Sie sind 5 Jahre alt geworden und das bedeutet, ihr kriegt einen fetten Rabatt. 2 für 1 Aktion oder auch 4 für 2, 6 für 3, egal was ihr wollt. Ihr habt die Möglichkeit, mit der fettesten Rabattaktion richtig, richtig zu sparen. Und das Schöne an der ganzen Sache ist, nicht nur das ist rausgekommen, sondern auch die 5 Jahre Anniversary Edition. Aprikose Pfirsich, sonst sind ja in so einer Dose immer 40 Portionen drinne. In dieser Anniversary, ihr wisst was ich meine, Geburtstagsedition, meine Güte, sind 50 Portionen drinne. Mit dem Code Abfahrt2 könnt ihr mich unterstützen, Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video Abfahrt ist angesagt. Let's go! So Männer, wir gehen rein, 10x84 Plus ist gekommen, täglich wiederholbar. Könnt ihr natürlich mit den ganzen 80 Plus Picks erkranken, gar keine Frage. Ihr könnt, günstige sie nicht, günstige sie nicht. Aber, und das muss man halt sagen, ich hoffe, dass es auch stimmt, dass es sich bewahrheitet. Dadurch, dass wir halt so viele Karten haben, gerade mit 86er, 87er Rating, denn die braucht ihr hier unbedingt mit dem 86er Team. Ähm, kann ich mir sogar vorstellen, dass ihr trotz alledem die SPC macht und dann diese komplette SPC, wenn euch ein Spieler nicht gefällt, ihr den direkt wieder komplett abgeben könnt. Ob das genauso sich bewahrheitet, werden wir schauen. Ich bin mal sehr, sehr gespannt. Unser Ziel ist es, so viele Special-Karten wie nur möglich drinne zu haben. Ziel sind 10 Stück, hier sehen wir 3 Stück. Und das sieht mir zumindestens, es sieht nicht danach aus, dass du damit das 86er Team fertig bekommst. Da sind wir ehrlich. Ha, wird schwierig. Im Endeffekt, bei den Packs geht es jetzt, glaube ich, mittlerweile nicht mehr darum, komplett Plus zu machen, sondern coole Spieler zu ziehen. Gerade die Chance auf die Footies. Und nicht zu vergessen, ihr gebt vielleicht jetzt einmal relativ viel aus für die SPC. Könnt aber alle Karten, die ihr nicht unbedingt braucht, direkt wieder reingeben in die neue SPC in 24 Stunden. Das bedeutet, da bezahlt ihr halt vielleicht 30, 40k pro Pack und könnt halt die Karten, die ihr unbedingt im Verein haben wollt, halt aufbewahren und zieht dann eben weiter. Das ist so vielleicht meine Intention. Ob es so wird, werden wir merken. Zweites Pack. Wir wollen natürlich, oh, Totti nominiert, 10 Special Karten. Saka ist zumindest schon mal ein sehr sonider Start, auch vom Rating her. Ich will halt gucken, ob wir hier vielleicht den, den Ronaldo nochmal irgendwo sehen. Oder allgemein mal einen Premium Footier. Das wäre halt schon wild. 4 Special Karten drinne. Ich glaube, damit wird es nur, aber nee, dir fehlen halt die 2 87er. Um halt die SPC direkt wieder machen zu können. Ja, eher la la la, eher la la. Aber 4 Special Karten. Zumindest schon mal das. Aber wir wollen mehr. Pack Nr. 3. Wir gehen rein. Wollen Special Karten über Special Karten sehen. MS? Aus Peek hier müsste das sein, oder? Ich glaube es zumindest. Ah, auch Ribéry. Oh, starkes Pack. Das dritte Pack hat sich richtig gelohnt. 90er Ribéry. Großleber und Getson Fernandes. Mein lieber, drittes Pack und das erste, was sich richtig, richtig gelohnt hat. Pack Nr. 4. Sehen wir wieder so ein gutes Pack, wie gerade eben. Okay, wir sehen Ikone, glaube ich. Genau, 86er Rating. Die Sache ist, ich habe halt keinen Überblick mehr, welche eher angezeigt wird, welche dahinter gekommen oder, oder, oder. Aber das Pack, wir haben ein paar Walkouts drinnen, nur 2 84er, was ganz cool ist. Aber auch das ist jetzt nicht überragend. Ich will was sehen, come on. Okay, es wird eine Goldkarte angezeigt, also 10 Special Karten wird schwierig. Aber das bedeutet, ich glaube, kein Rule Breaker und so weiter drinnen. Ja, aber ich glaube, Footies können immer noch kommen. Das mit dem Angezeigten ist ganz schwierig. Wieder 4 Special Karten, Chat. Er stößt einfach komplett alles ab, perfekt. Der Mann hat einfach alles abgestoßen, super. Totti Nominee, der Nächste. Espanja, ZM Petri, gutes Rating. 90 Pluser und jetzt 9 Special Karten dahinter. 2 nur. Oh, wo sind die kranken Packs, die ich brauche? Es ist Footies-Zeit hier, come on. So, Männer, das Rule Breaker wird angezeigt. Wir gehen ins nächste. Ramos oder Piqué? Es wird Piqué werden, ne. War damals eine coole Karte. Wenn man so mal ein bisschen, das zeige ich, gründen. Und schwelgen könnte. Das war eine coole Karte. Ich meine, du hast hier die 387 Pluser, die du brauchst. Und ich glaube, damit müsstest du auch eigentlich die ganze Amt der SBC morgen um 19 Uhr wieder machen können. Das hat sich dahingehend schon gelohnt, weil du könntest halt vielleicht die nächste SBC gratis machen. Da muss man halt immer gucken, wie man es sieht. So, 387er ist TheRaeToGo. Um zumindest die Antworten schon mal mitzunehmen aus der SBC, die wir auch morgen ja wiederbekommen jeden Tag. 88er Tony-Habi ist dabei. Dahinter noch was Gutes. Robertson war eine geile Karte damals, aber auch nur zwei Special Karten. Aber TheRaeToGo, drei 87 Plus Karten. Immerhin, Chat. Immerhin. Aber das sind mir zu wenig Special Karten heute, bin ich ehrlich. Ich brauche da richtig kranke Packs. Fünf, sechs, sieben Special Karten rein. Das brauche ich. Ikone? Ne. Moreno? Erster 87 Pluser. Wir denken positiv. Dahinter vielleicht irgendwas Interessantes noch. Wieder nur zwei Special Karten. Hey. Ende von FIFA. Ja, ihr haut raus, was geht. Ohne Spaß. Die Jungs sind heiß. Manu, du weißt. Du musst jetzt mal ein bisschen die Flagge hochhalten und bring hier mal ein bisschen Farbe ins Spiel. Bring jetzt hier mal ein paar bunte Karten. Das ist wichtig und richtig. Alles andere wäre Quatsch. Ja, gut. Silber angezeigt. Das hat natürlich schon mal ganz, ganz bitter. Aber die Putties können kommen. Eine Special Karte. Keiner über 87. Schlechtes Peck, was ich je gesehen habe. Manu, das war gar nichts. Sechs Special Karten. Ich habe jetzt von zehn runtergegangen, Jungs. Ich will nur noch sechs. Ich will nur noch sechs Stück. Terrier. 86er. Come on. Zeig mir sechs Stück. Drei Stück. Aber zumindest wieder drei 87er drin. Aber schwieriger Hase aktuell. Gucken wir mal rein, was im nächsten Pack kommt. Ich möchte den Tony Abi sehen. Sehr gut. Spieler Nummer eins von drei, was über 87 plus ist. Dahinter. Mondi war ja... Oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, was Mondi kostet. Aber ich glaube, das ist einer der Special Karten, die definitiv teurer sind. Aktuell im Ansatz. Also teurer. Ich denke, der kostet vielleicht auch 50k. Aber habe ich auch noch gar nicht gesehen, den Mondi. Smithrow. Okay. 86er Rating. Ich meine, der wird eh immer am Anfang angezeigt. Dahinter kann noch so viel mehr sein. Das hoffen wir jetzt natürlich auch. 3, 87 pluser. Aber wir ziehen nicht mehr als fünf Special Karten. Das kann doch nicht sein. Hallo? Warum? Totti Nomi nehmen nix, ne? Mangiore. Vom Rating her schon mal sauber. Oh. Eins, zwei, drei. Fünf Special Karten. Fünf Special Karten. Das beste Pack aktuell von der Anzahl der Special Karten her. Auch vom Rating ist das richtig, richtig sauber. Aber mit vier Karten über 87 plus ist wirklich in Ordnung. Da kannst du echt nicht meckern. Definitiv nicht. GG. Deutschland. ZOM. King Kai Harvards. Weiches Trikot noch. Zumindest das richtige Deutschland Trikot. Also das richtige nicht, aber... Oh, auch wieder fünf. Back to back. Na bitte. Geht doch. Endlich werden die Special Karten mehr. Sehr nice. Aber wir müssen jetzt auf sechs gehen. Ne? Also auf sechs Special Karten. Weil Werder. Geiler Pull damals gewesen. Ich weiß noch, wo ich den zum Totti gezogen habe. Wie teuer der war. Wie selten der war. Und jetzt hast du leider nur drei drin. Aber Rating-Technik geht das trotzdem halbwegs in Ordnung, muss ich sagen. Geht klar. 10 mal 84 plus Pack. Come on. Moses Simon. Die Legende. Grüße gehen raus an Simon von Tisi, Jungs. Und... Weiß ich ja jetzt nicht, Chat. Weiß ich ja jetzt nicht. Ohne Spaß. Was ist das denn? Goldkarte wird angezeigt. Bedeutet kein Rule Breaker, glaube ich, drin. Keine Road to the Final Karte. Vielleicht auch kein Centurion. Ich glaube, die drei fallen raus. Vielleicht auch Totti Nominees. Oh, EA, come on. Das kann doch nicht wahrsteunern. Hilfe. Kopf hoch. Mit einem Rule Breaker. Das ist England. Das ist ZDM. Phillips. Ist klar. Powerbally. Brauchen wir nicht drüber reden. Und dahinter... Die Packs sind halt wirklich nicht geil. Ja, immer wieder dazukaufen und jeden Tag abschließen. Und hoffen, dass du vielleicht ein, zwei brauchbare Karten darin ziehst. Aber das wird ganz schwierig. Gerade weil halt, wenn du eine Woche nicht da bist, wird es halt schwierig, alle EPs halt mitzunehmen. Und genau so hoffen wir jetzt auf ein gutes Pack. Weil wer ist da? Ist schon mal in Stadt nach gutem Maß, würde ich persönlich behaupten. Wieder fünf Karten drin. Und Rating auch sehr, sehr gut. Nur 2,84er. Das war ein gutes Pack, mein Lieber. Sechs Special Karten. Das Ziel ist immer noch da. Ob wir es irgendwann schaffen, ist die andere große Frage. Vielleicht haben wir ja Glück. Komm schon. Irgendwie sechs. Schade. Boys and Girls. Nächstes Pack. Sechs Special Karten. The way to go. Und wir warten immer noch drauf, dass wir wenigstens so ein Pack mal sehen werden. Die letzten waren ja nicht wirklich so überragend. Sondern, ach Gott, ja. Sind auch jetzt nicht überragend. Ich meine, die 387er hast du wenigst drin. Aber das war es dann auch schon. Bitte. Guck mal mal rein. Rule Breaker wird angezeigt. England. Smith Rowe Arsenal Legende. Gibt es eigentlich eine Arsenal Legende aktuell zu ziehen als Icon? Ich weiß es gar nicht. Das sind sechs Stück. Wir haben es. Wir haben es, Chat. Sechs Stück, Chat. Nächstes Pack. Team of the Year Nominee. Petri, oder? Ja. Ich glaube, kann nur Petri sein, wenn Spanien Flagge kommt. Wenn mich gar das täuscht. Das war noch Zeit, ey. Team of the Year Zeit. Wahnsinn. Es ist so unfassbar schade, dass die Icons nicht angezeigt werden. Also, ich weiß nicht, was die Ada falsch macht. Aber das ist halt... Zeig doch wenigstens immer die geilste Karte an, Junge. Hilfe. Alter, Rullet, willst du mich verarschen? Dickes GG an dich, ey. Das hat dir ja so anders gegönnt, mein Lieber. GG. Holy Moly. Nachrullet kann es halt nicht besser werden. Ich weiß... Oh ja, doch. Ich glaube, die Jodo R oder CR7, die sind, glaube ich, teurer. Aber das ist halt, glaube ich, die drittteuerste Karte, die wir halt erziehen können. Das ist so geisteskrank. Wampi Saka. Oh, aber auch wieder sechs Meschekarten. Und High-Rated auch. Na, ist es so halbwegs. Aber das geht klar. Gutes Pack, mein Lieber. GG. Das ist wirklich nice. Sehr geil, dass bei dir die Erwerb-Aktion angepindelt ist. Muss ich dabei. Aber geil, das hat zwei für eins. Willkommen aber zwei geholt. Jona, du weißt, was gut ist. Beste Aktion, die man nutzen kann bei Level Up. Zwei für eins immer absolut big. Liebe geht raus, Jona. Hoffen wir mal, dass das jetzt auch ein big, big Pack wird. Das ist halt die wichtigste Sache. Man, ja. Und... Eins, drei, sechs wieder. Hey, stark. Sehr, sehr cool. GG, mein schöner. Freut mich. Goldkarte wird angezeigt. Ist halt nicht immer so ein krankes Zeichne. Ja, gut, aber... Ja, es fallen halt viele Special-Kart-Typen weg. Das war halt wieder absolut bodenlos, Chat. Das war wieder absolut bodenlos. Goldkarte wird angezeigt. Ah, ha, ha. Palki, was war das denn? F in den Chat, Jungs. F in den Chat. So, gehen wir rein ins letzte 10x84-Plus-Pack. Ich kann nur eins dazu sagen. Ja, die werden wahrscheinlich ab und zu nicht gut sein. Aber all in all, wir haben das mal durchgerechnet. Wenn ihr wirklich einmal die SBC komplett kauft und dann immer wieder mal im Durchschnitt eine 88er oder sowas dazu kauft, dann kriegt ihr halt dahingehend trotzdem, wenn ihr das sieben Tage am Stück macht, bezahlt ihr pro SBC pro Tag 25k. Ja, und das geht meiner Meinung nach wirklich klar. In der Hoffnung, dass du vielleicht ein, zwei Footies ziehst oder ein, zwei Karten, die du halt vielleicht gebrauchen kannst. Man muss es halt runterbrechen. Nicht auf jeden Tag muss ich 70k ausgeben, sondern ich kann die Karten, die ich jetzt habe, entweder in eine andere SBC reinballern oder direkt in dieselbe halt 24 Stunden später. Schreibt mir gerne rein, was ihr hattet. Wie hattet jemand von euch 10 Special-Karten? Ich bin auf jeden Fall gespannt. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Macht's gut dort rein. Und ciao, ciao. Kuss, kuss.